hallo und herzlich willkommen zu noch einen neuen let's play von let's play force beziehungsweise eine neue folge von battlefield 4 ich habe mich jetzt total vertan mann sei der straße ja drachenpass haben wir jetzt nichts gezeigt ich meine doch wir haben übrigens 1500 punkte gekriegt weil wir einfach nur geile nougat schnitten sind und nickers und panos sind leider glaube ich doch drüben und erstmals dankeschön um ja wollen wir einfach mal zocken und bis sie rüberkommen ja natürlich jetzt kann wir auch die runde doch jetzt sowieso für das hochkimmig zu tun sobald es geht ja was ist das für eine kacke das ist jetzt wieder eine kacke ich hoffe ich bring euch nicht rum also wenn ihr einen Heli oder so seid dann sagt es ja ich gehe durch den Heli entschiedet sich ja ja übrigens ähm ja wir wollten eigentlich in team spielen und so ne in team ja ähm warten wir soweit bis alle hier zusammen sind ne gegner Heli läuchert da sind sofort beide da sind sofort zwei auf äh auf die und du musst reparieren spring raus spring raus was für rausspringen junge rausspringen komm vertraue mir du hättest reparieren rausspringen ich hab'n ich hab'n repel tool dabei ich spring' raus headshot alex war die rakete nicht schön ja die war wunderschön hana hast du mich getötet du kannst sie sogar noch grüßen so ok ähm was ist jetzt los genau alles klar delta ich würd sagen wir hauen uns jetzt alle hier zusammen äh wie war das nochmal äh mit dem oh tötetel abhin abhin warte ich repariere der Heli ist immer noch da ne oh fuck oh what the fuck warte ich versuche den mal abzulenken ich werd' jetzt aber gleich auch den Löffel abgeben komm'n bisschen weiter runter du triffst mich nämlich Junge Junge war das knapp HA nein nicht drauf schießen zu spät Motorrad 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 wat für ein Idiot hat der jetzt selbst noch gemacht was hat der jetzt selbst noch gemacht was ja ich reparier eben ja ich check die Gegend Junge ich reparier auch A wurde als äh angreifen hier reingemacht ich von dir aber egal willst du mit? wollen wir erstmal zu B das ist das ist neutral durch du laufst nach du laufst nach ok da ist ein Tank Neo da ist ein Tank auch Motorrad genannt ach so das meinst du wow ach so den meinst du Tank hat mich gekillt mit einem Schuss ja ich bin tot wettend ich wusste es ja hab ich mir auch gedacht so Blue World bleibt am Leben wir holen uns diesen Tank ok Snickers kannst schon mal rüber ah man jetzt nicht mehr ich hab dich ich hab dich Little Bird Hör du bist leichter zum Hörten kommst du zu A holst uns A ja aber da schießt irgendwas auf euch Alter was ist denn da los oh nein 0% Leben ey ey ich komm gar nicht mehr klar was kann jetzt da ist dafür äh 100% Gesundheit hatte der noch ähm ich versuch mal mit dem Chat was zu reißen ja klar Leute spring aber dann ab wenn ich bei euch bin hol mir mal den Chat Ohr oh Junge ich hab's versucht ich hab's versucht ich wollte hochziehen aber nix ja danke Nick was du das haha Alter nein das weiß ich nicht ok ok warte du bist im Heli ok hm Delta Spoiler erstmal im Dread ah nee 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 auch Delta auch Delta ja Nick jetzt gibt's Beef was hab ich alles gemacht wo du willst du du nicht wo Fahrzeug 17 getroffen hm kann man auch schon einmal angehittert wo bist du du kleine Snicker du wolltest braun mal bei dir hm mit unglaublichen 4 kmh den Berghof unbedingt wo zum Teil ist der Heli da ist er wo ohne kann ihn nicht treffen ja ach das ist nicht mehr nein Mann du gehst mir auf den Sack ich geh aus dem Heli raus wer denn ja du als wenn ich Heli fliegen könnte ich kann kein Heli fliegen ok geh trotzdem raus ich bin nicht mit dem Heli Mann mit dem Heli mit dem Heli fliegen du nur noch einer da war Panos Mann nee das darf nicht wahr sein hier wer ist dieser dumme Heli oh ey es gibt's ja nochmal nicht also der Flieger zu gut für den Kölzer so ja das ist ganz gut das ist keine Blur das ist eine Tatsache ich kann kein Heli fliegen ein wir haben eine Mutter und ich hoffe du stürzt ab Vater Bruder sie sind die sie noch gar nicht ja ja wir holen uns den überforschen das ist ja der dreht sich über das Wort das aber woher ich ich ging dass er der Ecke wort man sich nicht gesehen und bei der Ex-Aberwerse an die Schmerzen halten seiner Prozent geschlagene Minute aber woher bitte bei einer anderen Applaus auch gewesen sei er hat ja ich bin jetzt nicht gekrochen ich hab nichts von mir als einigen an das Panos da auch noch ist ich habe schon behindert ich habe nichts von mir preisgegeben nur wenn du sein dass sie übrigens werde ich gespottet hat überlaufen oder er hat umfällst Kinder bei der Metz hast du eine Bratwurst gegessen und ich hab's gebrochen und Junge ich kann nicht so und sie alle zu tief zielen da kommen wir wieder der Werft ja wir haben die Begräufe habe ich bestimmt danke Vorsichter der Fraust aber 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 nur weil ich Sprengstoff reingemacht habe Lenkraketen komm lass uns mal da er ist es geil ein aber auch nicht die Objekte zu tun um sie ist auf alle das auf alle schießt aber du zielst selber wohl in der Köln der Städte und er auf die Entfernung schon ich bin in den Jets die Lötter aber kann es versuchen ich wollte heute in der Tarn und Blut Warte Blu Blu die Städte das ist nicht da okay komm rein jetzt will ich nicht mehr dort hat er nicht gehört und wir haben gerade alles hier so sind die Kasse schon drüber jetzt fehlt nur noch Panos wo er hat ein Dördberg er hat mich ersetzt er hat das Besseres als mich gefunden er hat es jetzt das ist auch so die Krieg Munition das kommt man der Munition ist gut ich glaube da wird jetzt eine ganze Zeit kann man und kann auch zack das kommt davon wenn man hier aber ich habe auch immer wieder die Kaisern die Tromm steht hast du es gesehen er hat wohl geguckt ich versuche mal zu euch zu kommen dort sind ja eigentlich in Team spielen und ja ich versuche zu sein auch über den Hügel über den Sandhügel da wohl jetzt ein paar Jahre lang Prozent so auf zwei Uhr hinguckt die Sorge ja Panos schaffst du schon mal lang zu sehen wir sind zu tun ja ich probier es dann noch ein Team was für die Kette das man kann es uns auch denken naja ist noch ein wenn ich gesehen wenn ich mich um den Brunnen und Junge da hat ein Kultus Drift gemacht und er ist ein Voli erwischt jetzt gibt es die vier 22% hab ich in Backtank gemacht Panos macht mir glaube ich Probleme Warte ich komm selber mit dem Tank Oh Junge Oh bin ich ausgestiegen Na da kann ich nichts machen Oh Panos Ich kill dich wirklich Oh lol das war gar nicht Panos Okay tut mir leid Wozu noch Panos ist ein Tank Naja ist der der im Tank ist Ja ist der der im Tank ist Ups ja Ups Ups da wo ich fahren kann Neu tut mir den Gefallen und Sponsor Aber natürlich Danke Wenn siehst du mich auch noch zu Ende der Vorhinein Weil es mir ein bisschen zu eikel Oh nein Bleib drinnen, der Heli Snickers er kommt zu dir der Panos Und er hat gerade Angst Angst seinen kleinen Muschi hierher zu bewegen Richtig'n Dödel und gleich du ein Ja klar Gehst du mal mit dem MG drauf ja Mach ich schon ganze Zeit What the fuck Mann hab ich jetzt genoogt Präparier dich Neo Du machst ihm auch Schaden dadurch Bisschen Der war sauer weil ich den gemessert habe Wo ist er? Vorne Snickers wenn du rausläufst ist Dreck Panos vor deiner Hab ihn Sauber Das war nett Hab übrigens gerade Deckung freigeschaltet Ah hier hinten ist noch einer Ja da oben war einer Aber der konnte zu schnell Zu Da 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 Oh der fährt mit dem Ding weg Ja ich hab nämlich Ja Panos von vorne Der Messer ist nicht Mann hatte die BF3-Steuerung drin und am R2 voll gespammt Oh mein Gott ich fuhre hier Hast du's jetzt auf mich geschossen? Kann das sein? Nein ich wollte dich messern Aber irgendwas hat auf mich geschossen Deswegen hab ich mich umgedreht Und dann kommst du von vorne Boah das gibt's doch nicht Hahaha Da wollte er noch messern Boah da ist ein Jet hinter dir Delta Och Panos Du musst doch nicht krass Mann Panos du Lutscher Fuck you bitch So den holen wir uns komm Ja Wir holen uns Panos Panos lauf lieber weg Er läuft zu A Zu Warte 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 Ne zu D Ah ok sehr gut Das ist wie ich gewollt Oh ja Boah Ähm Operation Echo wie immer Operation Käsekuchen Boah Irgendwatt ist hinter uns Und ballert uns ganz schön auf den Arsch drauf Hahaha Das ist Panos Das ist Panos Oh Junge Oh na Das ist klar Da hab ich ihn Ah wirklich Ok ich rat mal ja Oh ja danke Lass mal seine Leiche t-backen Wo ist er war der? Fickt euch Ne komm lass Panos jetzt in Ruhe Lass Panos jetzt in Ruhe Ne ich will seine Leiche t-backen Lass mal langsam rüber Ja Das kannst du oder auch nicht Ja Ja geht nicht So D haben wir jetzt wieder So D haben wir jetzt wieder Wollen wir zu E? Ja machen wir Ich hab grad was zerstört Irgendwas ich weiß nicht was Warten wir noch auf Nio Alles klar Ich liebe die Javeline Wird irgendwas an Bis hier auf der ganzen Map Ja schieß ich drauf und weg ist es Ja was mir jetzt nur grad aufgefallen ist Ich Du hast es mir ja vorhin noch auf den Test gesagt Ähm Fahr 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 Ich hab's eigentlich auch eingestellt aber Mann Er hat's nicht gespeichert Alter tut mir leid das ist halt nicht so die Bugatti hier Oh Panos Du Camper du Ja Boah Alex übertreibt nicht Der braucht nur einen Hitmarker Alter Immerhin fast da auch Schöne gewissen Nachschub wurde gerade geliefert Nein Mann Alex ich hätte den gemessert Ich war schon hinter ihm Nein Tut mir leid Bericht von dem Tüttel bei 10 1 WC D-Kingser und der Stift Der Gäste für den Container von Vorgang von Bomber Da war aber was dahinterstehender Wo die Jungen im Container Ja Leider kann das Ding damit ja Ja ich wollte mitnehmen habe ich aber jetzt wieder verkackt Und der mich halt dabei die Leiden Ich will ja auch auf den Hewige geschossen Aber dann wurde gerade getötet Die Kinder werden die holen Ja oder Ja der Gericht hat er ausmachen der C gesagt ist ein bisschen spannender ja okay dann fahren wir jetzt einfach durch D durch aber ja durch D weil bei D wird jetzt Panos auf uns lauern meint das ja ich bin zu erschremen das Rategenie oh ja Rategenie ach was wie vor schlecht ja aber dafür kannst du alles richtig raten dafür hast du irgendwie die Näschen in griechischen Nase schief ich nicht ein ein einstatt präger mit der europäische Führung für sich immer noch soll es werden wird konnte er auch um das war schon recht und prägt und war das ich traue mich nicht nur könntest schon verwendet okay ich probiere noch nicht mehr ab jetzt war es aber auch Worte fort ist Pana am Leben ab Japan ist er auch mit euch und soll ihr Blut als wir gegründet ein aber mann die Hälte an der Welt ja ich habe was essen die Griechen noch mal Giros, Giros hab ich gemacht Alex könnte Hilfe mit Heli brauchen so kurz vor Ende der Runde ich könnte jetzt zu euch bekommen aber kurz vorm Ende der Runde ich bin down wo bist du denn genau hinterher und der Heli ach so du bist also ich dachte gegnerischer Heli ja aber ich hätte die Ticket der Welt und er lebt weg hier Motor ausgesetzt Kühler kaputt weg ich muss jetzt den Kühler niemals nach vorne waren so Boi Junge jetzt kommt hier deutsches Vorstoßkommande oder kommen nein nur mein Geld dauernd warum hatte ich nur noch was war da auch noch ein Racks in der Hand was ganz schön feuer und am Arsch gemacht wo kommt denn ich schüttel ich schreibe mich so wenn ich am nachladen bin Giros guck mal ich könnte mich jetzt rüber joinen Leuten aber geht nicht zu kurz so eine der Runden schön tja ja so ist das nur wenn man ein Grieche ist und schütze an die Töne Probleme mit dem Griechen das gibt's doch gar nicht nein nicht mit alle nur weil du ein Griecher bist weil du Panos bist und weil du mich auf GTA tötest ohne einen Grund deswegen weißt du bei mir steht's jetzt wirklich ähm 4 9 weißt du wie Panos gekillt hat 5 mal wirklich so viel ja 5 mal ja bei mir 4 7 nur weil ich auf Panos Leiche haben wollte ihr habt euch rasiert alter jetzt das ist jetzt richtig schlecht ohne Spaß 4 gegen 1 und damit beenden wir auch die Aufnahme und bis zum nächstes Mal Panos ist schlecht Panos ist schlecht einfach mal so einwerfen Pflos 1 6 6 Vielen Dank.